Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Max Payne-Droll! Yo, so, ich habe dieses Kapitel schon komplett durchgespielt. Ich hatte mit Shadow Player aufgenommen und habe dann zum Schluss gemerkt, oh oh, der hat ja mal gar nicht meine Stimme aufgenommen. Na ganz toll, jetzt muss ich alles immer neu machen, egal, gut. Ich habe sowieso zu oft gefehlt in dieser Mission, deswegen bin ich ganz froh, dass wir nochmal neu spielen. Ich hatte nicht gesehen, aber das war keine Überraschung. Es ist schwer, wenn man sich auf die Ball auf der Bühne drüben. Ich habe nur gedacht, ich konnte zu Fabian und Giovanna in Zeit kommen. Die Tür haben sich geöffnet. Ich brauchte mein Portugese für Beginneres-Phrase-Book zu wissen, was passiert. Der Mann macht das Geräusch war der Boss. Er hat sie mit mir vor, um mich von der anderen Seite zu verabschieden. Und sicher genug, ein paar Sekunden später, ich hatte etwas Kumpen auf dem Dantzflor. Na ganz toll, herzlich. Glückwunsch. Na, wer ist das wieder, oder? Ich habe das wieder zu verabschieden, was ich nicht? Was ist das? Da musste ich noch eine Weg durch die VIP-Lounge. Rich Fools lieben ein privater Exit. Nicht mit mir, meine... Hey! Du Drecksack! Och, boah. Ja, mal nach. Gehen kurz gucken, ob der Kumpen ist. Oh, ein bisschen, ne? Okay, weiter geht's. Hey! Was ist das? Hey, das ist ein Lieblings-Präsident Schwerpunkt. How's it going, bro? Es ist nicht gut. Einige Leute haben Giovanna und Febriana genommen. Was? Jesus, Max! Hey, ich bin auf meinem Weg! Nein, 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 bleib in den Chopper. Wir gehen weg von hierher. Ich gehe nach den Kumpen. Ich gehe nach den Kumpen. Die kamer nach den Lounge. Komm her. Komm her. Komm her. Ich kann nicht hier hier. Ich muss dich zu schrauben. Ich muss dich in die Tür zu hinter uns. Geh alle anderen raus. Fuck! Sonne von... Na klasse! Ich hab die komplette Steuerung vergessen. Ich muss jetzt halt in die komplette Steuerung wieder reinkommen. Ach Mist, Mann. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Oh, in die Niere! Ich hab keine Painkiller mehr. Schau vielleicht ist! sten... ... ... ... ... So Wärts! Ha pakt! Baby! Ich hab nur ein Geschuss. Dann ist eine andere A mostly ust. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Whatever the hell they were arguing about, it was time for me to add my two cents. Onde have any tun? Fuck it! Whatever the hell they were arguing about, it was time for me to add my two cents. Okay. Let's go. They were still alive at least. This crew was starting to look a lot like friends of the gatecrashers at last week's party. These guys had some real issues with the Broncos. They were back to finish the job. I figured it was time to start doing mine. Come here! Come here, man! Come here, man! Come here, man! No! Mist! Mist! Ah! 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 So, wir müssen zwei öfter machen, aber bleiben mit dem Hebsen und nicht mehr. Ah, bitte, wie gesagt, bitte. Das war nicht die Zeit, oder ich würde sie verlieren, oder ich würde sie verlieren. Sie waren für den Helikopter Pad. Ich musste auf den Ruf, bevor Giovanna und Fabiana leften auf eine eine-Way-Flight. Ich wusste, dass es eine schlechte Idee wäre. Aber in der Kontinuiertes Absenzte von irgendwelchen guten Gästen, habe ich entschieden, um es zu gehen. Was ein Blick. Ich glaube, mein Zeitpunkt in Sao Paolo war nicht der Pauszeit in der Sonne, wie ich mir gegründet habe. At least, ich war getötetet von einem Klassischen Psychopathen. Die Leute waren nicht verletzend. Der Ort war wie Bagdad, mit G-Stringen. Ein paar Sekunden mehr, dann habe ich den einen pooren Street-Cleaner einen kaffee starten zu dem Tag. Jetzt habe ich einen Ruf zu catchen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Komm, komm, komm. Jesus, Max. Ich kann euch nicht alleine für fünf Minuten. Was ist da passiert? Die Junkte uns. Die gleichen Leute aus der Partie, glaube ich. Sie holen die Mädchen. Und Marcelo. Aber er ist jetzt hier. Ich bin ganz klar, ich trage dir viel Geld, um mich zu beschützen. Ja? Was war's? Ich bin wohl schon. Ich bin wohl so. Du musst es fliegen. Du musst sie für fünf Minuten kurz aufhören. Hey, hey. Hey, da sind sie. Hey, da sind die. Komm. 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 Na, klasse, jetzt ist die Kacke richtig am Dumpen. Lauf, Baby, Lauf! Lauf, Baby, Lauf! Lauf, Baby, Lauf! Ich krieg' ich dir die Verdammt nochmal! Guck, you kidding me? Der geht ja noch! Oh, ja. Check'em out, Bugs! Check'em out now! Stay on! Don't worry, I see her! Four! Why is it ever since I started playing for protection, I feel a whole lot less what I need! You really wanna come out now? No! No! Shut it down! Shut it down! Move, you're gonna lose her! Shit! She's headed for the roof! Gotta get around this thing! How is this getting around it? I'm in games! Oh, look! Look! There she is there! Oh, Christ! Ah, come! Yeah! Come on! Oh, God! Oh, lord! God! Help! Will open a pot! Don't go! Oh, she's going fast. Ah! Gonna kill him! Yeeha, baby! You just head inside, Passos! Get us down there! Right! Right! Headed to the helipad! Shit! Stop! Versuch es doch! Versuch es doch! Der Armselige! Oh, shit. Oh, fuck. I gotta let go. Oh! There was a goddamn army of these goons. Clearly, somebody wanted these girls bad. Or maybe they just assumed the Bronco's security team consisted of more than a drunk American has-been and a Brazilian never was who should have paid more attention in flying school. Either way, I needed to find Giovanna before they did. That's a good one. That's a good one. It's not worth it. We're the girl of the Bronco. That's why we're here. Yeah. Like I said, I had the Italian team just played right now. It's a level. All right. And so I don't know where I'm going to go. Flash. Flash. Let's go. Let's go. Come take me, whoa. Come take me, t him. Oh. You hit me, t him. You hit me. You hit me. You hit me, farsome. Nee, nee. Du Dreck sackt. Position aufsuchen? Es gibt keine Munition, ok, auch. Da können wir nachladen. Die Waffe ist hier leer. Nein! Shit fucking car! Das ist schrecklich. Sie ist nicht so gut. Sie sind nicht so gut. Sie sind nicht so gut. Ich bin hier noch nicht. Juhu, da schnappt das. Also eine Puta kann ich bestimmt nicht sein. Komm her! Nein. Ach, können wir nicht mehr nachladen? Okay. Na komm her, komm her! Nein, 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 nein! Ein Schuss und ich bin tot. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Oh, war. Und bis dahinten habe ich gerade eben gespielt, ab jetzt ist es wieder blind. Und bis dahinten habe ich noch ein bisschen umherschleicht, aber ich folgte die direkt wieder ab. Nein, der mir einen Headshot verpasst. Wieder von vorne? Ah, klasse. Das war alles anreizt. Das war alles anreizt. Jetzt habt ihr mich sauer gemacht. Das war alles anreizt. Das war alles anreizt. Das war alles anreizt. Na dann, komm her! Das war alles anreizt. Das war alles anreizt. Das war alles anreizt. Das war's 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 anreizt. Das ist der letzte. Tja, so kommt man auch zu seinem Ziel, was? Ich weiß nicht, ob das jemand schaffen werde. Ich weiß nicht, ob es ist. Ich werde ihm an den Besselsen. Ich werde ihm an den Besselsen. Ich werde ihm an den Besselsen. Nein, ey, das kann doch nicht angehen, Mann! Zu wenig Painkillerweise. Das ist die zweite Mission. Ich werde ihm an den Besselsen. Das ist die zweite Mission. Ich werde ihn an den Besselsen. Ich werde ihn nicht aufhören. Ich werde ihn an den Besselsen machen. Ich werde ihn an den Besselsen nach. Ich werde ihn an den Besselsen machen werden, nicht. Komm auf Gordach! Fuck, da ist nur einer. Ich bin schon wieder fast im Arsch, ey, das gibt's nicht. Korrigiere, ich bin im Arsch. Unglaublich. Das ist so witzig. Sie ist nicht so witzig. Wir sind die Frau von Brunnen. Das ist deshalb, dass wir hier kommen. Der Serrano wird in unseren Brunnen, wenn sie wegkriegen. Ich würde gerne töten. Es gibt vieles, was ich mit ihr machen würde. 2.500 Schlüsse abgegehen, natürlich! Ich würde schon wieder fast tot. 2.500 Schlüsse abgegehen, natürlich!